also ich habe die vollvision jetzt von dem game ab aber auch schon soweit gespielt bis man wieder hier ist verschlossen so verschlossen ist ein item rüstung das geht noch auch verschlossen das kommt mir alles hier bekannt vor hier geht man jetzt runter dann geht man rechts runter das jetzt von muster gaia ist eingeengt kommen strömen hinein und heraus nächste kiste nachrichten fällt ich kann jetzt nachrichten schreiben was passiert wenn ich hier unterspringe ha geil umherrungenschaft gekriegt fast wie souls da kann man doch irgendwie hin über die bäume schätze ich mal oder kann man auch unterspringen ich glaube man sollte hier nicht sein so wie es aussieht ich weiß jetzt gar nicht wo es weitergehen soll schau auf die jaggede blad within your belongings schreibung so liegt es dann verpixelt aha ein stieß mein träger mich in das herz eines alten mannes moment ich weiß nicht ob das dumm ist aber da ohne heilung da reingehen hier stand nämlich was hier rum oh 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 und so the stick figure proved its ineptitude alle der helden schlüssel hat nicht geklappt okay ich muss vorsichtiger vorgehen okay ich muss vorsichtiger vorgehen also ganz vorsichtiger also ganz vorsichtiger Sei dankbar, wenn du stürbst. Hellenstein. Nee, Herzstein. Unbrücksame Fee da mit Ruhm. Hier geht's weiter. Es fehlt Stabilität. Achso. Verschlossen. Okay. So, dann werden wir mal wieder weitermachen. NSC Stadt. Schnell runterklettern. Da komm ich nicht rein. Ach nee. Hunde. Alter. Blut. Blut. Ich bin hier. Besiegt. Erinnerung eines unbedeutenden NPCs. Halle der Helden. Leichtes Ziel. Ist das eine Rüstung oder was? Hä? Okay. Ach, erinnern. Ah, so einfach. Erinnerte Relikte sind stärker. Indem du dir deine Erinnerung wiederherstellst. Erhältst du dauerhafte Einsicht, Boni. Also lohnt es sich, deine Erinnerung eines Relikts zu suchen. Okay. Was ist das? Achso. Naja, das war jetzt doof. Was sagst du jetzt? Was sagst du jetzt? Ja. Das war jetzt. uns alle. Wir degrade in pixelation und dann... Oblivion. Heroes. Die Great Ones, insbesondere, waren, um Nostalgaia zu retten. Aber sie haben ihren Ziel verloren. Sie haben jetzt die Arterien gebrochen, um die Erinnerung zurück in unsere Welt zu retten. Ich erinnere mich, ihre Fehler. Aber ich werde dir nicht lektieren. Wer sie waren und was sie getan haben, muss es dir sein, um herauszufinden. Deine, um Sinn zu machen. Der erste Great One wailt von in den Händen der Nostalgaia. Good luck. Jetzt geht das Tor auf. Deciphering, wo ein Relikt zu erinnern, wird nicht immer leicht. Once gestorben, werden sie alle Antworten geben, um zusammen das Mysterium, was Nostalgaia ist. und durch diese Erinnerung, was du bist. Durch deine Fähigkeiten, wir werden mehr erinnern. Okay. Dann gehen wir weiter. Und so, in einem alten Manns behest, die Stikfigur hat seine Fraile limbs für die Lippe zu erinnern. Die Hero's Journey, zu arduisch für ihre meagre Pixeln, würde ein humorvolles Spektakel sein. Ach, die Nachricht von anderen Spielen. Ach so, warte mal. Die Stats. Für die Schnelligkeit ist das gar nicht mal so schlecht. Wucht 7. Parade brauche ich doch. Aha. Du siehst mir ja nach einem größeren Gegner aus. Mach der haut ab. Verwifter dich. 12. Ja, wie, verwind mag ich dir балend hat. Und zwar nur mich nichts. Oh oh, drei Stück Aua, das war scheiße I-Frames Oh Oh, der hat damage gemacht Ah, hier ist ein Blechtfeuer Levelaufstieg Ausrüstungslast Ist mal wichtig Du hast einen Gegenstand, an den sie sich erinnert werden kann Aha Ah, hier, vergoldete Axt Moment, du bist nicht an dem Standort Fügt eine Waffe Quelle hinzu Rückeinläufe bei des letzten Rast Ah Macht es möglich online zu spielen Ah, okay Das ist online, Alter Da kann ich auch hoch Wieder ein Herzstein Entlastet Entlastet Ist das eine Waffe? Das ist eine Schaufel Alter 202 Damage Mach der Respawn auf der Ich mach mal hier lang Ich mach mal hier lang Das sieht doch cool aus Und ist, glaube ich, noch ziemlich weich Oh Oh Hinterhalt Hier geht's weiter Ich mach mir erstmal Das Item Erinnerungen Oh, oh Aua 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 Aua, die mach richtig damage Aua, die mach richtig damage Aua, die mach richtig damage Ich bin geslowed, oder was? Aua Oh Aua 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 Jetzt hole ich mir mal den Typen da oben Aua 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 E Was war das? Aua 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 Du bist nichts wert. Ein Hebel. Wird woanders entsperrt. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Durchs große Tor. Und weggehauen. Sau. Ich bin wieder geslowt. Was ist das? Ey. Slow mich nicht. Npc. Hallo. Ich sagte hallo. Mit meiner eigenen Hälfte. Das war fantastisch. Du bist so heröer. Nichts diese Wälder die meisten Wally-Wälder, die du schon gesehen hast? Ich denke, ich werde in dieser Körner bleiben. Es ist wirklich wunderbar, existierst. Was war denn das jetzt? Kann ich den schlagen? Ne, ich meine ich nicht. Auf und down. Da kann ich rein. Hier kann ich nicht runter, so wie es aussieht. Okay. Dann gehe ich also hier rein. Verschlossen. Da komme ich nicht runter. Da ist ein Gegner. Ach, das ist der. Erinnerung. Auch verschlossen. Es gibt so viele verschlossene Türen. Die ist offen. Ach, das ist ein Shortcut nachher unten. Ah, okay, okay. Geh ich mal leveln. Äh, wir... Was haben Sie noch nicht gefunden, Fledgling? Oder noch eine neue Frage? Die Mitglieder der Nostalgeia haben immer noch nicht gewöhnt. Wir haben sie immer noch nicht gewöhnt. Wir haben immer noch nicht gewöhnt. Wir haben immer noch nicht gewöhnt. Und was werden wir machen von dir, ich frage? Du gehst den Heroin, aber du hast nicht ganz gewöhnt den Heroin. Vielleicht wird das dir helfen. Du bist hier, um uns zu retten? Oder bist du ein Teil unserer Dünn? Um zu verstehen, wo dein Weg geht, musst du verstehen, dass ihre origin. Nostalgeia hat dich entschieden. Also, hör auf ihre Relicke. Was ist ein Ding, um zu sein, wie du bist, in einem Weltkrieg des Pixel- und zu sein. Und um zu sein, dass die Welt der einzige Hoffnung ist, die allmähnliche Inspiration muss sicher sein. Oder sehr, sehr wunderschön. Was für ein Ding. Und um zu sein, oder sehr... Oh! Oh! Oh, oh, oh! Da wird wieder woanders entsperrt. Regende der Unabhängigkeit. Ja, tütet mich. Aber vorher will ich noch ein paar Pixel haben. Naja, kann nicht mal hier lang gehen. Das sieht spaßig aus. Zugriff. Was ist das hier? Okay. Hier geht es auch nicht weiter. Hier geht es auch nicht weiter. Hier geht es auch nicht weiter. Hier ist die Tür. Hier ist ein Leiter. Geil. Es fehlt Stabilität. Ist es die Tür von... Hier geht es noch weiter. Moment. Moment. Was bist du denn für einer? Ach, das ist unten. Einzelne. Kraftstern. Aha. Aha. Herzstein. Chefkochdecke. Watt. Gewicht ist jetzt auch nicht gerade wenig. 40 gewicht ein fett rolle wie ist das hier nachricht Oh, das sieht mir nach Boss aus. Rand der Entropie. Ich tell mich an Smao. Pass auf, mehrere Gegner. Okay. A hero will come, a hero will come, Leave my door. Was that slaughter, I heard? Oh, how my beloveds used to slaughter so. Who is there? Be you a hero. My beloved. No, 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 I cannot let you in. I love you too much. My everything, my stars. We cannot risk it. No, no, no. Unless. Should you come upon something with which I could restrain myself in your presence? A manacle or a shackle of some fidelity. Bring it to me so I shan't ravage you unduly. Then I would open my door and serve you. What? No, no, no. I bring them in. That's dark. So much ruin. So much waste. What did you find? Are you a hero? I'm an apprentice Smith. Or I was meant to be. I've sought some memory of Nostalgiaia's crafting tradition, but all I've found is forgotten. With no masters to teach me, I'll never become a Smith. But that ain't no crude tool, friend. It's the Smith's hammer. The instrument of Nostalgiaia's greatest craftsfolk. Any apprentice would know it, even in its current state. A shame it don't remember itself. But that ain't no crude tool, it's the Smith's hammer. Ah, schade. Splitter... ...zum upgraden. Moment. Denk daran, Erinnerung deiner Relikte wiederherzustellen. Du hast den Schmiedehammer eingesammelt. Ich kann Erinnerung bei einem Schmied wiederfinden. Ah, okay. Schmiedehammer. Erinnern. Er wird den Schaden gegen Gepanzerte. Ja. Was hat man... Ich bin... ...vergültig. Ich werde meine�ste entscheiden, um es um meine Tradition zu erinnern. Der Hammer hat sich auf mich gebrochen, oder mich gebrochen. Meine Fähigkeiten sind meagre. Aber wenn du einen Anvil verwendet hast, kannst du diesen Räumen für mich benutzen. Ich werde deine Arme verbessern. Der Smiths Hammer ist der größte Räumen der Nostalität, über alle, die es schwingt. Es ist der Primordial Repository unserer Art. Suche eine Läge. Natürlich, es ist noch ein paar Erinnerungen. Throughout die Cycles, alle von Nostalgeier's Masters hat die Hammer zu verbessern, um die Relik für unsere Heroe zu erinnern. Ich habe immer noch ein Smiths gebrochen, um ein Teil davon zu sein. Die Minerinnen, in den Cliffs über der Ahrshaft, once excavierten und raided große Repository von Ahr. Wenn du einen Anvil dort gefunden hast, mit genug Fidelity für meine Kraft, benutze die Smiths Hammer zu mir. Limited as my skills may be, I'll serve you. Might even find a lingering Master there, who can learn me a thing or two. Ain't much likely, but a little hope is something. Miners, in the Cliffs should limit my ain't much lo- Okay. Wo kommst du denn hin? Ich denk an Rüstung. Hallo Dickie. Fleisch. Ich weiß nicht. Aber zu kommen. Die müssen Sprache cartoons sind. Und das ist nur die Schönheit. Ich weiß nicht. Das ist nur die Schmerzen. Mit? Schrecken voraus. Ah, ich seh schon die Wand. Die zerbricht gleich. Das ist verschlossen. Ne, da kommen Leute raus. Ich hab nichts mehr zum Heilen. Wienzige Pappschachtel. Schnellkiste. Gezinterwürfel. Erstmal oben gucken. Ja, da fehlt wieder Stabilität. Die Ende der Unabhängigkeit. Warum haben die winzige Pappschachtel? Ich bin tot. Nein. Da liegen 4000. Einfach mal rennen. Die Seite. Das ist ein NPC. Das ist ein NPC. Wenn wir uns schregen, muss uns schregen, wenn wir uns schregen. Die Erwärter sind schrecklich. Hahaha! Ja! Unsere Aufwand begann! Eine Rüstung. Jetzt kriegt man langsam Rüstungen. Äh, wo bin ich jetzt hier? Ach, hier. Wo ist Stern verschlossen. Oder blockiert. Ähm, eine Kau. Was? Ich stirb. Ach, der. Ja. Ich bin hin. Ich bin weggegangen. Ich kann lieber der Erinnerung. Oh, nee, ne? Was ist da oben? Hallo da. Aha. Aua. Nein. Ich hab doch auch ein Heal Overtime, ne? Okay. Heal Overtime hat nichts genutzt. Ah, nee. Äh, hat noch hochgezählt. Kim Jae-Yong. Kim Jae-Yong! Jo. Kim Jae-Yong! Top-Film des Anti-Helden. Was ist das da jetzt? Ist das ein NPC? Hier geht's nicht weiter. Da geht's sicherlich auch nicht weiter. Moment. Nee. Dann kletter ich mal da hoch. Hallo? Golly gosh, look at you! You really are retro, huh? Neat! I'm the reservoir of pain. Pleasure to make your acquaintance. It's difficult to know who you can trust. I get that. Cryptic old men, who can't remember their purpose? Forgotten relics, Forgotten relics wailing on about their tortured memories. And nobody telling you exactly what to do. You've been left to figure things out for yourself, and that's terrible, so let me help. Nostalgeia was a gauntlet. Nostalgeia was a gauntlet, where heroes would journey, suffer a bit, unfortunately, and then sacrifice themselves back to the world's heart, so that new stories could begin. And then, these new stories were inspired by what came before. They built on the beauty of the past. But heroes quit letting go. They grew obsessed with maintaining their dominance, living their own legacies, and without new inspiration, Nostalgeia is being forgotten. Anywho, if selfish heroes won't give themselves back willingly, a real hero will have to make them let go. Then, Nostalgeia's heart will open again. The first great one chokes Nostalgeia from the depths of her minds. All you gotta do is kill it. I can't believe nobody told you that explicitly. That must have been really hard for you. The first great all you like that. Hässlich ist etwas voraus. Heh. Was ist hier los? Ah, da fehlt Stabilität wieder. Wo? Okay. Ein Leuchtfeuer. Ein Leuchtfeuer. Ein Leuchtfeuer. Ein Leuchtfeuer. Ein Leuchtfeuer. Ein Leuchtfeuer. Aber erstmal noch die Sachen einsammeln. Haha. Fesseln! Die kann ich dem Typen bringen. Der gerne Fesseln haben möchte. Also geht es eigentlich nur noch rein hier in die Liene. Aber das würde ich sagen, mache ich beim nächsten Mal. Wenn ich streame. Das ist ein Leuchtfeuer. Das ist ein Leuchtfeuer. Das ist ein Leuchtfeuer. Und das ist ein Leuchtfeuer. Das ist ein Leuchtfeuer.